Wenn wir später schauen, kann der den Schlüssel mitnehmen. Ja, das braucht man dabei. Das Gepäck muss man ja gleich mitnehmen oder lassen wir es drinnen und sagen, wir fahren eh nicht raus. Wir brauchen nur ein Schlüssel. Das ist gut, wir brauchen den Schlüssel. OK, Leute, wir brauchen den Schlüssel. Wir mehr Einbruch an den Schlüssel und wir können den Schlüssel kunde ziehen. Wir brauchen den Lappen und die Lappen rein. Wir brauchen den Lappen. OK, schloth-e aus dem Lappen. Die Lappen, das ist ja ganz eng. Wie geht's? Ich war auf dem Lappen, bitte. Er ist für heute. Darf die Lappen mit dem Lappen. Wir starten am 7.00 Uhr, eine Focal-Point-Action rund um Burgenland. Wir haben 24, 7.00 Uhr, 54.00 Uhr, Polisemän, Poliswomen in Aktion, um diese Kontrollen hier an den internationalen Main-Roads, wie die Highway A4, und um die Near-Border-Ares in Burgenland. Das ist eine große Angelegenheit. Ich habe das eine große Angelegenheit. Die Hübe von der Unterlagen auf den Angelegenheit, Wir haben solche Aktionen, die Monate und Jahre zuvor gemacht haben, aber jetzt ist es eine Focal-Point-Aktion, um neue Erwartungen zu bekommen, wie die Kriminelle arbeiten, und natürlich, um diese Form von organisiertem Krim, wie die Menschen schmuggeln. Das ist Teil der Aktion. Aber wir haben natürlich keine Börder-Control. Das ist nur eine Relevanzung, und das ist eine Relevanzung und Polizistische Relevanz. Die Kriminelle und die Kriminelle und die Kriminelle und die Kriminelle Untertitelung des ZDF, 2020